Musik So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum guten Morgen Börse hier gemeinsam mit XTB. Es ist Donnerstag, der 6. Juli 2023 und nach der finalen Lethargie, gestern vielleicht, nur möchte man sie bezeichnen, die wir zu sehen bekommen haben, starten wir dann heute final, mindestens final, endlich richtig durch mit diversen Makro-Events, die auf der Agenda stehen. Wir haben heute den ISM Non-Manufacturing-Datensatz, der wird veröffentlicht. Wir haben die ADP-Zahlen, wir haben die JOLs beispielsweise. Diese beiden Komponenten sind ganz besonders interessant, meiner Einschätzung nach, für die Non-Farm-Pairers, die morgen wiederum veröffentlicht werden. Und vor diesem Hintergrund, dieses Makro-Event-Sturms, der uns da ins Haus steht, wollen wir heute mal einen Blick auf Gold werfen und wie Gold potenziell am ehesten reagieren könnte. Noch sieht die Situation in Gold relativ neutral und unspektakulär aus, aber es könnte dann mit eben diesen Makro-Events einen entsprechenden Impuls geben, entweder auf der Ober-, auf der Unterseite. Und was es da für meine Einschätzung nach bedarf, dafür dann in den wenigen Sekunden mehr. Bevor wir ganz offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, möchte man zunächst sein persönliches Risikoprofil erstellen, bzw. lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, also sich dann auf xdb.com, kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob das Risikoprofil, das persönliche mit dem Risikoprofil und den Produktcharakteristika, die CFDFx-Produkten inne wohnen, ob das korrespondiert. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man dann auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich kontaktiere man auch gerne den Kundensupport von xdb. Und ja, dann wäre es das zum Risikohinweis gewesen. Wichtiger Hinweis noch hier an dieser Stelle zu möglichen Interessenskonflikten. Im Hinblick auf Positionen, die ich halte, oder bzw. Plänen, die ich hier formuliere, Gameplans oder Thesen, die ich formuliere, verstehe man das bitte nicht als Anlageempfehlung, sondern stattdessen als das, was es ist, nämlich rein edukative Informationen, die ich zur Verfügung stelle, um euch, bzw. uns gemeinsam, meinen Plan zu präsentieren, wie wir uns an den Märkten optimal vielleicht für den hilfreichigen Handelstag positionieren können. Ich kann nicht abschätzen, ob der Markt dann wirklich long oder short geht, sondern ich ordne im übertragenen Sinne meine Gedanken und lasse euch hier an dieser Stelle davon mit mir miteinander profitieren. Nutzer kennen die Möglichkeit, unterhalb des Videos Fragen zu stellen. Wenn ihr auch anderer Ansicht beispielsweise seid oder dergleichen, unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion, führt ihr gerne darauf an, geht. Aber wie gesagt, alles, was ich hier präsentiere, ist keine Anlageempfehlung, sondern wie gesagt, edukativ und informativ. XDB als Broker hinter diesen Webinaren hier an dieser Stelle, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die wir dazu geführt haben, findet ihr hier in der Mitte, findet ihr natürlich auch en detail auf der Webseite xdb.com.de. Ein Grund wird mit Sicherheit die X-Station gewesen sein, die wir uns jetzt auch hier näher anschauen wollen und wo ich den Gold-Chart schon mal vorbereitet habe. Eine Besonderheit im Hinblick auf die X-Station ist, und das ist echt ein cooles Feature, ehrlich gesprochen, weil es hier ermöglicht, dann auch den Fokus wirklich auf der Plattform zu lassen und nicht irgendwie sich ablenken zu lassen mit irgendwelchen Suchen im Web, zum Beispiel im Hinblick auf Wirtschaftsdatenkalender. Es gibt hier einen integrierten Wirtschaftsdatenkalender, der sich auch super gut individualisieren lässt und wo wir eben auch die Möglichkeit haben, einen sehr, sehr schönen Überblick darüber zu erhalten, was ist für heute dann wichtig. Wir sehen eine Packed Agenda, ich habe das hier entsprechend schon mal zusammengedampft auf die großen Volkswirtschaften der Welt. Wir sehen eben hier den ISM beispielsweise, Non-Manufacturing erwartet, heute mit 51 Punkten, 50,3 Punkte. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mich interessiert eigentlich viel mehr die Subkomponente Price Index an dieser Stelle. Und warum mich diese interessiert, das hat damit zu tun, weil die im übertragenen Sinne eine vorlaufende Idee liefert, was mit der Inflation zu erwarten ist. Was ich damit meine, dafür gehe ich jetzt mal auf eine externe Webseite. Die Möglichkeit, die haben wir hier nicht, aber die ist auch kostenlos verfügbar, nämlich über Trading Economics. Auch die Seite empfehle ich, also wie gesagt, kostenlos verfügbar. Man kann mit einem riesigen Fundus an fundamentalen Daten, kann man Analysen erstellen und dergleichen. Und Trading Economics hat hier auch die Möglichkeit, sich diese Paid Prices mal anschauen und entsprechend zu visualisieren. Das habe ich hier mal gemacht. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe diesen Chart überlagert mit einer zweiten Linie. Also im Blau sehen wir die Paid Prices, die ISM Non-Manufacturing-Komponente und in Schwarz sehen wir die US-Inflation. Und was wir hier deutlich erkennen können, ist, dass diese blaufarbende Linie schon deutlich eine Entschleunigung zeigte, bevor die Inflation final dann piekte. Das ist ziemlich genau zwölf Monate her mit ungefähr neun Prozent. Da gab es eine deutliche Entschleunigung und die Inflation zeitlich versetzt, zwei, drei Monate folgt dieser Entwicklung. Vor dem Hintergrund, dass wir hier eine weitere Entschleunigung sehen auf der Unterseite, ist eben auch davon auszugehen, dass die Inflation weiter abkühlt. Und jetzt ist das Interessante in dieser Konstellation, das hat natürlich wiederum erwartbar Auswirkungen auf den geldpolitischen Kurs seitens der US-Notenbank FED. Denn die wird jetzt erwartet, in der zweiten Jahreshälfte den Leitzins um weitere 50 Basispunkte anzuheben, also 2x25, so wie sie es über ihren Dotplot entsprechend in Aussicht gestellt hat. Und hier ist es dann eben entsprechend jetzt so, dass logischerweise jede Indikation, die dafür spricht, entsprechende Impulse dann in der Zinsstrukturkurve nach sich ziehen sollte, was wiederum Auswirkungen auf Gold hat, beziehungsweise an der Stelle eine Erwartung über, beziehungsweise unter der Erwartung eine Volatilität nach sich zieht, logischerweise. Und genau das ist es, diese Information, die wir jetzt hier für unsere These, für das Formulieren einer These im Hinblick auf Gold nutzen wollen. Also nochmal ganz kurz vielleicht, was wird erwartet? Erwartet wird eine Veröffentlichung von 53,2 Punkten, nach zuvor 56,2. Das heißt, der Markt sagt, für den Dienstleistungsbereich, für das nicht verarbeitende Gewerbe, sehen wir eine weitere Abkühlung der Preise. Abkühlung heißt, 53 wird erwartet, heißt aber auch, wenn 54 wäre abkühlt, aber eben nicht so stark abkühlen, wie erwartet, beziehungsweise 51 wäre deutlich stärker abkühlen, als vom Markt erwartet. Und das wiederum nutzen wir dann im Hinblick eben auf das Formulieren einer These für Gold. Wir haben jetzt in Gold eine Price Action zu sehen bekommen, die ich ganz interessant fand. Ich hatte letzte Woche kurzzeitig eine Short-Position mit Ziel-Test der 1900er-Region und auch vielleicht dem Flash drunter. Den Flash drunter habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Und zwar hatte ich mich schon bereits am Montag vergangene Woche hier Short-Positioniert gegen dieses Hoch, riskierend gegen dieses Übertreibungshoch vom Freitag wiederum der Vorwoche. Hatte mich Short-Positioniert und bin dann in diesem Bereich, in einem relativ drögen, ich glaube hier war es, in diesen Gefilden, bin ich dann gestoppt worden. Wie gesagt, den Flash tiefer, den haben wir dann keine 24 Stunden später zu sehen bekommen. Aber es gab keinen sogenannten Follow-Through, es gab kein deutliches Halten unterhalb der 1900-Dollar-Marke, sondern seitdem fängt Gold an, sich hier entsprechend wieder aufwärts zu hangeln. Auch wenn bis dahin jedenfalls, also hier auf Daily-Basis jedenfalls, kann man das erkennen, noch keine Auffällung stattgefunden hat. Also wir können übergeordnet erkennen, wir sind weiter in einem Abwärtsmodus, unterhalb dieser Abwärtstrendlinie handelnd, aber ein Bruch höher scheint eine Option zu sein. Verzeihung, einen Moment. Vorausgesetzt, dass die fundamentalen Kennzahlen, meiner Einschätzung nach, besonders im Hinblick auf die Paid Prices mitspielen. Was wir dazu sehen wollten, wäre eine Veröffentlichung unterhalb der Erwartung, von Erwartung jetzt 53 Punkten, also bei 51 zum Beispiel, denn es würde wahrscheinlicher machen, dass die FED mit ihrem geldpolitischen Kurs in der Aussicht gestellt hat, einfach nicht in Anführungsstrichen durchkommt, sondern sie wird geldpolitisch sich weniger restriktiv zeigen müssen, nicht 50 Basispunkte, sondern maximal 25 Basispunkte den Leitzins anheben, beziehungsweise man erwartet eine entsprechende Kommunikation in diese Richtung. Und auf solch eine Veröffentlichung würde ich dann erwarten, dass Gold einen bullischen Spike sieht auf der Oberseite. Das wäre dann also an dieser Stelle ein Bruch dieser Trendlinien. Und sobald wir einen Schlusskurs zu sehen bekämen, oberhalb von 1.940, 935, 940 Dollar, wäre das für mich ein Signal, dass wir nach unten erstmal fertig sind und dass dann ein erneuter Aufwärtsimpuls, eine erneute Aufwärtswelle in den kommenden Wochen stattfinden könnte, die uns zurück in Richtung der 2.000 Dollar Region führt. Sehen wir auf der Kehrseite eine Veröffentlichung, die zwar unter 56 veröffentlicht wird, aber oberhalb von 53, 2, sagen wir mal 55, 54, 5, je nachdem, dann wäre das wiederum etwas, was diese restriktive Haltung der FED rechtfertigen würde. Das wiederum würde bedeuten, dass der Markt vielleicht auch derzeit unterpreist, dass die FED sich restriktiv zeigt. Wie komme ich da drauf? Dazu können wir uns zum Beispiel einen Blick auf das FED Watch Tool von der Chicago Mercantile Exchange. Und zwar erwartet die bis Dezember, wenn wir hier oben uns mal die Tabs anschauen, ausgehend von dem aktuellen Pricing im Optionsmarkt und den entsprechenden Kennzahlen, die die Preise für Optionen bestimmen, erwartet die, dass die FED den Leitzins tatsächlich mit 66%iger Wahrscheinlichkeit maximal um 25 Basispunkte annehlt. Also das heißt, die 50 Basispunkte, die spielt der Terminmarkt noch nicht mal. Beziehungsweise er spielt sie zwar, aber nur mit einer Wahrscheinlichkeit um die 30% Pi mal Daumen. Das wiederum könnte bedeuten, wenn jetzt die Inflation doch nicht sich so stark weiter abkühlt und das wir ableiten können aus den ISM Pay Prices, dass wir dann ein Verschieben dieser Balken nach rechts zu sehen bekommen, dass der Markt sagt, okay, vielleicht muss die FED doch oder wird doch den Leitzins um 50 Basispunkte anheben. Und genau das wäre ein Grund davon auszugehen, dass die Zinsmärkte einen kurzen Spike nach oben sehen, was gemeinhin bärisch für Gold wäre. Was hieße, wir würden an der Stelle unterhalb dieser Trendlinie halten und was die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass wir nochmal einen Test der 1900er Region zu sehen bekämen. Also das für heute erstmal so eine grobe Skizze, worauf es zu achten gilt, was Impulse für Gold liefern könnte. Schauen wir mal, was Gold draus macht. Das wäre es meinerseits gewesen. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.